Wie sehen Sie denn die Chancen von Babler heute und wie sehen Sie seinen Wahlkampf? Er hat ja zuletzt fast die Seele aus dem Leib gebrüllt. Naja, er hat einen sehr leidenschaftlichen Wahlkampf gemacht, sehr laut, wo man sich schon gefragt hat, wieso muss der so schreien die ganze Zeit auf der Bühne? Aber gut, ist sein Ding, muss er wissen, wie das ankommt. Bei den Funktionären, die dort waren, ist das offensichtlich sehr gut angekommen. Es war wirklich eine große Begeisterung, sehr gute Stimmung. Muss man halt nur sehen, dass das nicht die ganze SPÖ ist, die in so einem Wahlkampfzelt sitzt, sondern es natürlich Vorbehalte gibt in der Partei gegen ihn von vielen Seiten. Also er hat eigentlich aus seinem Wahlkampf quasi das Beste gemacht, hatte das Staat Manker unter Anführungszeichen, dass er der linkste Kandidat ist, den die SPÖ jemals hatte oder seit langem hatte. Und deswegen vermutlich nicht alle Funktionäre so begeistert für ihn gelaufen sein werden, vor allem draußen in den Bundesländern nicht. Aber ja, der Wahlkampf an sich war spektakulär. Da gibt es ja viele, die sagen, die Wahl muss man in der Mitte, in der Mitte gewinnen. Sie sind ja langjähriger Journalist und analysieren das Ganze. Gewinnt man die Wahl wirklich in der Mitte? Es ist eine Frage, wie man die Mitte definiert. In der Mitte sind halt viele Menschen, die man gewinnen kann. Also im Idealfall gewinnst du eine Wahl dann, wenn du nicht nur deine eigene Klientel gewinnst, sondern auch noch darüber hinaus etwas. Das, wie schon angesprochen, wird sich da nicht abspielen. Das ist die Frage. Wird das der Babler schaffen? Ich glaube nicht. Nein, da muss man schauen, dass er der eigenen Wähler bei der Stange hält, also die SPÖ-Wähler. Der Vergangenheit, das ist schon einmal... Man hat immer gesagt, der Babler aufgrund seines linken Images wird es schaffen, bei den Grünen was zu holen, der Bierpartei, die zwei Jahre getreten ist beim letzten Mal, wie man jetzt am Zettel steht, was wegzunehmen. Ob das wirklich so sein wird, weiß ich nicht. Also dem geben Sie eher wenig Chancen auf Zugewinne, wenn ich das richtig hinbekomme. Ein Babler ist schwer einzuschätzen. Ein Babler kann, die SPÖ kann mit dem Babler noch weiter abstürzen, weil er nicht ankommt. Ein Babler kann aber auch überraschen, dass er doch Leute gewinnt, die man ihm nicht zugetraut hätte. Mit den sozialen Themen, nicht mit diesen Herstellungen. Die Themen, genau, das geht relativ gut rein. Und man muss dem Babler zugutehalten, der hat schon zwei Wahlen gewonnen. Er hat in Dreskirchen, in einer roten Gemeinde, zu gewinnen ist keine Kunst, aber 70 Prozent muss man auch erst einmal schaffen. Also er kann Wahlen gewinnen und die SPÖ-Abstimmung hat er auch gewonnen. Also gewonnen relativ. Beide Male überraschend. Genau, also einmal Zweiter geworden und dann... Gegen alle Wetten, ja. Genau, einmal Zweiter geworden bei der Mitgliedabefragung und dann gewählt worden am Parteitag. Also irgendwas muss der schon haben, was der Menschen anzieht, ja. Spannend. Kann ein totaler Flop werden, Halti? Richtig. Dann ist er am nächsten Tag weg, oder? Oder Erraschung. Und eine Überraschung, dann ist er Vizekanzler. Aber weg ist, weiß ich nicht. Er sitzt relativ fest im Sattel von den Statuten her. Dann ist er erst vor kurzem direkt gewählt worden. Auch wieder unter Anführungszeichen. Zuerst Mitgliedabefragung, dann Parteitag. Und es kann auch so enden wie beim Corwin. Den hast du auch nicht nach der ersten Wahl, die er auch nicht gewonnen hat, weggekriegt, weil er halt so eine Fan-Community hat, die ihn dann stützt. Und du kriegst den, wenn er nicht selber geht, wenn er nicht selber einsieht, dass das nichts bringt, kriegst du den, glaube ich, nicht weg. Ja. Und wer hat den besten Wahlkampf gemacht? Kickl, FPÖ? Das war ein sehr stringenter Wahlkampf, ohne größere Fehler. Wenn man so das Momentum hernimmt, wie die Amerikaner gerne sagen, war bei der Kampagne der FPÖ wahrscheinlich das stärkste Momentum. Das war sehr fokussiert, sehr auf den Spitzenkandidaten hin, der in den TV-Duellen auch keine größeren Fehler gemacht hat. Das war ein sehr schwungvoller Wahlkampf. Glauben Sie, kann die FPÖ heute den Platz einschaffen? Wird sie mobilisieren können? Was der FPÖ zumindest gelingt, ist sicher, die eigenen Wähler alle abzuholen. Also es war dann am Stephansplatz von der Stimmung her auch irgendwie spürbar, dass da etwas drinnen ist. Also es gibt keine zerstrittene Partei. Die Partei steht geeint hinter den Spitzenkandidaten. Auch die Anhänger sind, glaube ich, relativ motiviert bis enthousiasmiert. Also die Frage ist nur, wie viele sind das? Also wie viele Menschen wollen FPÖ wählen? Die, die immer FPÖ gewählt haben, werden das sicher alle tun wieder. Und zum Schluss, Herr Pink, auf welche Regierung tippen Sie? Das ist das Schwierigste. Also natürlich ist naheliegend aus jetziger Sicht, dass es die ÖVP mit der SPÖ versucht. Mit dem Bubble wird es zwar schwer gehen, inhaltlich. Also könnte es so sein wie in Niederösterreich. Man sagt, wir haben es probiert. Wir ÖVP haben es probiert mit der SPÖ. Funktioniert leider nicht. Geht leider nicht, wir kommen nicht zusammen. Jetzt müssen wir halt doch wieder mit der FPÖ, so wie es in Niederösterreich auch war. Und dann könnte es doch eine türkis-blaue Koalition geben. Weil der Kickl ist da, glaube ich, nicht abgeneigt, wenn man ihm so zuhört. Danke. Danke.